Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und? Was und? Magst du einen Kaffee? Nein, ich will schlafen. So eine Nachtschicht, das sage ich dir eh dauernd. Das letzte, was du in der verdienten Früh brauchen kannst, ist ein Kaffee, der dir wieder nicht den ganzen Dreck wegschlafen lässt. Einen Tee vielleicht? Hör mal auf mit deiner Fürsorglichkeit. Ausbrechen wollte er eine Stelle vor, mitten in der Nacht. Aber die Jungs haben es ihm gezeigt, der wird nie wieder ausbrechen wollen, sein Leben lang nicht. Ich mag nicht, dass du immer mit diesen Verbrechern... Ich habe Angst, wenn ich so viel das Schlechte umgib, dass es sich auf deine Seele legt. Reinkriecht wie so ein Wurm, der ein Parasit sein will. Kann passieren, habe ich gelesen. Na geh, was du immer liest. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass das Kind kommt. Dann kommst du wenigstens net auf solche Ideen. bis dann macht. So backward. Und das ist tief in ihrer Verbrechern. Mit schnnen Fall... ... Hier... Innenverb duh dass du nie warst. Soll ich mal spazieren gehen? Bist du mal mit mir? Bist du mal mit mir? Ist das gut? Bitte. Das Fussel. Man ist so verliebt. Und du hast mir gern alles. Wie ein Körperteil von dir zeigt. Aber da war ich ja noch vielleicht ein Jünger, oder? Da war ich ja schnell nach 40. Kofsky ist ein magisches Alter, Baby. Wie ist das so? Wie ist das so? Wie ist das so? Es ist egal, wer alt du bist. Ja? Ja. Ist es egal? Es ist egal. Bist du sicher, dass es egal ist, oder? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du solltest gehen. Ich glaube, du solltest... Du solltest... Du solltest... ein Verhältnis mit einem... jüngeren Mann haben, mit einem Mann, der... nicht werden kann, was du für deine Träume haben willst, oder? Nicht werden. Mit einem Mann, der vielleicht... der vielleicht nur das erfüllen kann, was du für deine Träume haben willst, oder? Ist das so? Ist das so, ha? Du, ist das so? Ich möchte, dass du gehst. 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 Jetzt. Hörst du. Hast du mich verstanden? Ich möchte, dass du gehst. Jetzt. Nicht runter. Geh mal. Geh mal! Pust dich! Schleifel! Oh, shit! Oh, shit! Sie sagen Schmerzen beim Urinieren, gell? Mhm. Hat der Haaren Verfärbungen aufgewiesen? Darauf habe ich leider nicht geachtet. Dann schauen wir uns das mal im Detail an, der dich sagt. Josef, die Unterhose tust du mir bitte auch ausziehen, gell? Muss ich sterben? Das werden wir gleich sehen. Tut das weh? Ah! Naja, krank bist du nicht, gell? Nur eine kleine Fimose. Pardon? Eine Verengung der Vorhaut. Das ist durchaus üblich in dem Alter. Achtens nur darauf, dass er mehrmals täglich Dehnungsübungen macht, dann wird das wieder, gell? Wenn der Penis erigiert ist, die Vorhaut vor- und zurückschieben. Einfach jedes Mal, wenn er aufs Klo geht, gell? Wie stellen Sie sich das vor? Er ist acht. Warum hast du mir nichts gesagt von Cairo? Weil ich es zuerst sicher wissen wollte. Warum kann ich nicht mitfahren? Hör zu, Thomas. Wir könnten eine Wohnung gemeinsam mieten. Ich könnte für dich sorgen. Einkaufen. Essen kochen. Hm? Das kommt nicht in Frage. Entschuldige mich. Ich sehe mich. My clothes before she comes Dance with peace and lust I lost my way through your mistakes God did bring me here I began with some oneness Friends, where have you gone? I removed all my canvas Where should I be, son? Watch the sun, crash the door Be free to remove all the path that is wrong Hold the sun, see the bow I'm gonna show us the love Watch the sun, hold the love Be free to be here when the dark shades out Hold me so, cause I'm the love I'm gonna show you the love I'm gonna show you the love Vielen Dank.